Ein weiteres FFA-Mogi wartet auf euch. Ich hab's wieder schön für euch zusammengeschnitten. Es ist ein sehr, sehr cooles Mogi mit einigen Fails, aber trotzdem ein guter Ergebnis. Es ist ganz, ganz komisch. Lernt auf jeden Fall aus den Fehlern und macht's besser als ich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Das Ganze ist natürlich live gestreamt auf Twitch. Gerne da rein folgen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Ja, Danny Feathermacht gestreamt. Ja, Danny Feathermacht gestreamt. Hey, Bro. Digga Ey, guter Pull Nice Brake macht Kiwi auf jeden Fall Ich würde mich das nächste Mal wieder rausreden Tatsächlich Immer wieder Top Schade, kein Double Was ist gut Weizen kann man Hier ist wichtig Sorry Was tue... Okay, dann wollen wir rein und hier rum Schockes Bett für mich Schade 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 Das war sehr wild. Bro, Digga, kannst du dich wirklich, kannst du bitte nicht 30 Jahre slowen vor dem Double? Was ist denn dein Problem, Mann? Okay, mein Geduld. Holy shit, Mann, fahr doch einfach. Ja. Digga, Alter. Okay, muss ich halten. Bis zur Stelle. Nice trick. Most inconsistent trick in game. Nein, Bro, Z-Snipe-PoV. Ja, ja, er greent mich. Um dann selber greent zu werden. Wirklich stark, Mann. Heilige Scheiße. Noch nie sowas Starkes gesehen. Komplettes Race geblieft. Bester Franzose im Game. Okay. 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 Kurz die Z-Snipe-PoV bekommen. Okay. 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 Okay, die Kranz ist weg. Nice, ich bin eingelogt. Shit So much redden Das ist in deinem Star, Bro, holy shit. Okay. Der ist glaube ich nicht wie Deutsch Blue kommt für den ersten. Ich dachte, er hat Triple Beans. Zeck nämlich, holy shit. Dave, Junge. Ich hab den hier nicht ausklemmt. Oder trail gleich. Mach, mach, mach. Sauer. Oh, mach. Oh, mach. Wilder Bump, auf jeden Fall. Nice Niners, ja. Over. What's Bro doing? Nice Star. Wichtig. Ist der noch Feuer oder ist das ein Star? Nee, der hat auch ein Star. Richtig Coins. Nice Shot Search. Nice. That goes. Okay. Kann gerne meinen Schum haben. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Ich brauche ihn wahrscheinlich beim W. Er ist die Young, ja. Ich hasse das Game. Egal. 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 nicht mehr. Ich bin gerade noch. Für den連er. Ich bin gerade sicher. Ich bin gerade mein Schumann. Ich bin gerade sicher. Die kam aus dem Fass raus, Digger. Das ist ein Wunder der Natur. Oh mein Gott. Was ist hier denn? Protection. Ah, Chip ist gut. Oh. Oh ja, der Blut ist immer weg, richtig. Schon wieder eine Bombe, Digger. Oh ja. Oh mein Gott. So, ich bin so bad, man. Oh. Oh, ich leg den Ground Crew. Richtig. Und er... Und er hittet nicht seine Red, das ist insane, Mann. Ich erinnere es gesehen und mir gedacht, nope. Keine Red. Irgendwie ein Brechen. Nö. Scheiß drauf. Ich bag niemanden. Nice second aber wieder. Wichtig und richtig. Guck mal, Kiwi, denn da läuft doch. Was für FFA packst du nicht? Ich geh mir Coins holen und dann mach ich Turnaround. Oh, was sehe ich, Alter. Es ist der Spanier. Es ist die Reinkarnation vom Spanier. Als Japaner, Digger. Es ist Sanvi einfach in Japanisch. Uuuuiui, SMD Glidea. Guck Hunter. Und du kommst weg. Wo kommt denn, dann? der pull aber weiß ich nicht mehr rausbekommen Nice, okay, pfff, last frame, I know Banane war so fies, holy shit, da hörst du jetzt nicht, oder? Ja, ist gut, haben wir vorbeigefahren, holy shit, hat er gut gemacht, Sack nehm ich aber wieder Schade, wenn die Banane da nicht lag, ich bin zwar trotzdem in den Zug gefahren, weil ich probiert hab vorbeizufahren, aber, ähm, wenn hier nicht gelegen hätte ich am Ende cutten können, ich glaub Alexis hat schon wieder ganz andere Probleme, ich glaub irgendwelche Japaner mobben den richtig, ich glaub irgendwelche Japaner mobben den Bro massivst, dass er schon wieder vergessen hat, dass er mich targetten wollte, ich spür davon nämlich noch nichts Das muss ich sagen Ah, perfekt Super Sache Meine Coins Nice pull, okay, damit fahr ich vor Okay, da ist einer schon in der Billstruck, da ist ein crazy Agent, da bin ich Okay, da ist einer schon in der Billstruck, da ist ein crazy Agent, da bin ich Ja, da ist ein schädliche Fracht Aber das ist glaub ich genug Distanz, ah ok, ne, der meint Looper Ah ja, okay Wieder Lucky Bill Oh mein Gott, Bro Schade Okay, nicht viel verloren, aber es sind natürlich jetzt einige an mich rangekommen It's ok Go come back Go come back Go come back, Alexis Don't let Japan win Don't let Japan win Muss ich einen gleichen Feind schaffen, Freunde Ne, anstatt sich gegenseitig zu bekriegen Alles gegen Japan Sorry, die wie meine Coins Sorry, die wie meine Coins Bro, ich war schon drei Jahre an diesem Biddy vorbei mit der Name Ach ja Immerhin noch 8-1 Bro ist langsamer wirklich, als es die Polizei erlaubt Oh Lucky Wieso ging das hoch? Hilfe Ich habe nicht mehr Hier hab ich war 17 Coins Das ist alles Was ist alles? Wollen wir gucken? Ich kenn natürlich jetzt die Paces nicht mehr so gut Genau, da kommt ein Bombenauto Lab 200 100 deswegen wusste ich lab 250 kann schon sein dass es da ist halb mir die greens mache hier nichts riskantes ich wenn sie mir geklaut oder so dann spiele ich natürlich noch und wenn ich mal feuer nähe hier nehme ich hier nehme ich auf ganz safe ffas i can understand if you don't like it ja mein letztes race gechillt auf vier gefahren und auf vier beendet dass wir jemanden trailen hier erstmal instant trailen auf squadling angelehnt ja in sie reingedraftet und gehornt schade wird jetzt karten und schönen triples rausholen aber geht nicht immer ich habe auch noch welche wir sind die wir sind die triple nana wall und der fällt in die shy guys auf 1 weil er sieht was hinter ihm für eine triple nana wall ist ich sag's euch triple nana ist for the win wir sind die triple nana hat mein leben gerettet mein gott feuer ein feuer ein feuer als irgendwas zum bäcken second nehme ich Okay, wichtige zwei Warum? Hasse dich, Lasse Kleiner Dreck Das ist einfach noch mein Lieblingssound Von Kai, Alter Oh no Okay, bisher Macht Venkuva einen guten Job Er hat Feuer Er wirft sie nicht, sympathisch Wieder Early Shock, holy shit Double Protection halte ich mir einfach Lass die Lanner auch diesmal in der Hand Dann sagen sie mal vorschwimmen Ja, fine Kannst du den Karnischwimmen skippen? B? Bro, what the fuck? Wo ist er? Oh, ist er, ich bin froh. Ich hätte ihn gerne vorgelassen, aber ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit entdeckt wirklich, wie ich das hätte machen können. Der Dude ist eh egal, der ist 1. Vielleicht kommt auch keine Blue, das wäre auch mal nett. Nice 1, holy shit, die ist so wichtig. Ich sage nie wieder was gegen Vancouver, Kappa. Nie wieder. Nie wieder sage ich was gegen Vancouver. Oh, ADHC, Hubschrauber. Oh ja. Da ist jemand mit Triple Nenners gedraftet. Bro, Alex ist es einfach von, ich targete dich zu, ich defeat dich. Bro, er trailt keine Nenner, er wirft alles nach vorne, Digga. Geil. Was ist die beste Art, seinen Feind zu besiegen? Mach ihn dir zu einem Verbündet. So ein Ding ist das. Fuck, man. Bro ist von, ich targete dich zu. Ich gehe immer mit dir. Bro, Lebenswandel einfach mit Life Crisis, mit Mogey Crisis. Okay, wie denn da machst du die Box auf 8? Ich nehme sie mir auf 9. Ja. Oh. Dafür gibt es Straf. Wahrscheinlich diesen Star. Danke. Ich bombe. Jetzt ist er nach vorne. Ist auch voll. Ich weiß nicht, was gegen jetzt hier irgendwo in der Pampa geschockt zu werden. Hinter mir hat noch ein bisschen... Wo ist das? Oh, genau. Bro, wieso muss die denn so abbouncen, dass sie mich hittet, Game? Warum? Natürlich, Bro. Okay, man. Trotzdem noch Second. Okay. Gut, gut, gut. Mal schauen. Ob sie auch diesmal gut läuft. Er ist einfach von Target aus T-Ring geswitcht, Bro. Geil. Nice. Bro! Ja, lag halt mit deiner Nana. Sorry. Ist aber okay. Wird allerdings Motion anmachen sollen. Ja, er wurde einfach von der dunklen Seite der Macht zurückerobert. Oh, die Beschuss, okay. So. I'm gonna show you what's called a Pro-Game. Okay, ich hab das Item gemisst. Das war nicht so ganz Pro-Game, aber... Was soll's? qué ist. Das war nicht so! Ich hab das, was soll ich gew«- dismissum. Ja, würde ich clerk erwachsen. Das war nicht zu. Das war nicht so. Oh, das war nicht so. War kein Bock auf seine Rippen ab. Schade. Nice, second. Wichtig. Okay. Sollte auch zweiter Overall sein. Nehm ich. Wo, 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 wo! Bis zum nächsten Mal.